hallo und herzlich willkommen zu einer neuen let's play mass effect 3 soweit ich weiß haben wir glaube ich alles geschafft ach nee gar nicht nee 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 alles klar alles super alles super wir wollten noch in diesem system hier scannen da war was genau wir haben nämlich jetzt die 3 jetzt gerne hier noch ich habe hat nichts ich habe doch da ist was das ging schnell was haben wir hier die kreuzer zybalen was weiß ich nicht was ich da gefunden haben genau das nix das auch nix 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 ich hätte gedacht auf tessier wäre ach wir haben 100 prozent aktiv posten ok alles über was wollte ich denn hier noch mal erreichen die nebel athene hat die hesperia statuen ok genau genau da war so gehen wir nach orisoni zuerst so das dürfte deutlich kleiner sein jawohl der einzige gas gigant des systems hat ringe von minimalen spurenfall element 0 staub wahrscheinlich von einem extrasalaren asturin der bei der kollision mit dem einem der mode das planeten pulverisiert wurde das sammeln und aufbereiten von 0 und staubform ist ein langbräge und kosten spiegeliger konzipiert prozess elcos combine hat bei den materialchen in fantasia um die schürfrechte für ergerlake ersucht aber die weeper invasion hat die verhandlung auf eis gelegt das gerät vor ort wurde nicht beschädigt vermutlich hat der angriff auf neidia kill priorität für die weeper kralla nachdem die hälfte der crew eines erkundungsschiffes bei einem tödlichen unfall den tod fand nannte die kapitän in diesem bewiesen planeten kralla nach einer alten asari dämonen des unglücks kralla freut sich besonders darüber wenn sorgfältig durchdachte pläne im letzten moment scheitern und sicher geglaubter erfolg in völliges desaster bündet der legende nach kümmert sie sich nur um lange vorbereitete pläne eine offensichtliche warnung vor arroganz für ein volk dessen pläne meist auf jahrhunderte ausgelegt sind jackel jackel ist ein planet mit so üppigen photosynthetischen leben dass die sauerstoffkonzentration höher ist als auf den meisten gartenwelten ein paar stunden wird ist das erträglich aber dann wird die sauerstofftoxität zu einer echten gefahr die asari kolonien hier benutzen artengeräte und leben in versiegelten gebäuden die landwirtschaft von niackel fußt auf landwirtschaft und biotechnologie zahlreiche gentechnisch modifizierte pflanzen wurden hier entwickelt in dem wissen dass die weeper industrie städte bombardieren und dicht besiedelte gebiete versklaven haben sich die soldaten und zivilisten von niackel in die undurchdringlichen dschungel des planeten zurückgezogen ein gorillakrieg am boden dürfte die weeper 20 verjagen aber er windet den feind und zwingt ihn dazu mehr ressourcen hat geplant aufzuwenden ohne einen großen vorenen vorteil davon zu haben das ist intelligent und war tizioni die oberfläche von tizioni ist eine kalkwüste durchsetzt mit natrium streifen das einzig bemerkenswerte sind leere krater entlang der verwerfungslinie was bedeutet dass tizioni früher geologisch weitaus aktiver gewesen sein muss die durchschnittstemperaturen ließen eine besiedelung zwar zu aber es gibt keine schützende atmosphäre und damit ist tizioni eine welt dritten grad ist bei der terraforming eher unwahrscheinlich ist gibt es hier denn sachen die wir scannen können ach du kacke ein frack so nichts 50 prozent das jetzt schwer jetzt noch zu entkommen so was haben wir denn da forschungsschiffe aha ach komm nach verdammt wo wollte ich denn hin wollte ich hier hin tatsache so es ist halt kacke dass man nicht mal mehr die ganzen sachen hier scannen kann ohne dass juli feiern halt zerstörte da haben wir dann war da oben noch irgendwo so ein schiff kein problem so wir haben vollgetankt wir können eigentlich direkt nach tomarus so was haben wir denn hier bennes der eisgigant bennes ist der es der äußerste eisgigant im tomarus system er ist wahrscheinlich weiters näher in seinem stern entstanden und dann mit der zeit nach außen gewandert ein trümmerfeld mit metallschrott in der pläne des planeten lässt vermuten dass die weeper bereits hier waren pro noia pro noia ist ein methan ammoniog gas gegant auf dessen größten mond kolonisten von lucia große plantin vorkomm entdeckt haben die asari haben das wertvolle metall das auch in medizinischen geräten verwendung findet unter marktwert an die sierta foundation verkauft der preis nachrass hat sierta vermutlich im alleingang vor der pleite gerettet eine schuld die sierta durch weltweite humanitäre hilfe rasch wiedergutmacht durch die repräsenz in dem system ist die platinversorgung der organisation mit sicherheit abgeschnitten ja es ist nicht gut nyagulon ist ein wasserstoff helium gas gegant dessen bekannte betankungsinfrastruktur von den weepern zerstört wurde während des lucia feldzugs der koganischen rebellion der die koganischen rebellion auslöste war nyagulon der schauplatz der letzten niederlage des koganischen overlords krägark während sein flagschrift seinen antriebskerner loot und repariert wurde schlichen sich asari elite soldatinnen an bord und zündeten resonanz warp bomben sie opferten ihr leben und zerstörten das schiff durch eine dekompression explosion und lucia die koganischen rebellion begann in der asari kolonie lucia nach jahrhunderten und jahrhunderten ungehinderte expansion versuchten die koganer diese welt zu erobern und zwangen damit den rat zum handeln in dem bewusstsein dass lucia als basis für eine invasion von tessia dienen könnte kam der grad der kolonie zu hilfe die koganischen versorgungslinien wurden am massenportal von tessia unterbunden und die koganer erlitten so schwere verluste dass sie hier kapitulieren mussten aber im rest der galaxie gerieten sie in wut und so würde lucia zum katalysator eines weideaus größerenkrieges mehr als 1000 jahre später ist lucia erneut in gefahr die asari haben den stellungsvorteil in der umlaufbahn verloren aber das vernetzte verteidigungssystem der kolonie ist zumindest teilweise noch einsatzfähig land see und luft streitkräfte griffen greifen an wo sie können fest entschlossen bis zum schluss widerstand zu leisten haben wir hier was ja ich habe etwas aber dabei wieder mal so 50 prozent das heißt auf eine dieser planeten ölg sprung erfolgreich ach komm so scanner starten irgendwo da links warum musste ich denn auf der anderen seite des systems einfliegen also bitte was haben wir denn da aha ausweichen erfolgreich ja auf jeden fall ganz souverän dahin ne ja so der tank müsste zum zurückfliegen reichen so was habe ich hier polizza polizza ist ein gasgigant mit dringenden system der aus wasserstoff hedium und spuren von ammoniak besteht er hat 26 monate aber die asari haben die wertvollen ressourcen schon vor lange zeit abgebaut die anlagen wurden größtenteils vergessen weil die inneren planeten des systems einfach viel interessanter waren ja so trito genit die asari haben forschungsstation auf den größten mond des gasgiganten trito genit eingerichtet um die bevorstehende kollision von porma west und so tare so tera zu dokumentieren man sieht ja eine weeper truppentransporter was darauf hindeutet dass die weeper einige streitkräfte geschickt haben in besatzung der gefangenen zu nehmen gefangen zu nehmen oder zu töten warum sie die station nicht zerstört haben ist ein rätsel möglicherweise ist die kollision von zwei planeten so selten dass die weeper den vorgang beobachten wollten kollision von zwei planeten interessant ach diese hier proba west und so tera weil sie sich auf derselben umlaufbahn fanden ja gut die atmosphäre von so tera enthält einen moderaten sauerstoffanteil aber der planet ist zu heiß für lebensformen die auf flüssiges wasser angewiesen sind dies ist aber ohne belang weil so tera in den nächsten drei jahren mit pro maves kollidieren wird ein planeten der seine umlaufbahn kreuzt der einschlag wird beide welten pulverisieren und neue asterien und monen entstehen lassen die asari haben in sicherer entfernung eine forschungsstation eingerichtet um dieses seltene ereignis zu dokumentieren und pro maves innerhalb von drei jahren wird pro maves mit seinem nachbarplaneten so tera kollidieren und eine apokalyptische transformation auslösen asari entdeckerin die in dem die dem kohlenwasserstoff summen von pro maves nach leben suchten waren froh dass sie keins fanden die methan äther in atmosphäre des planeten wird sich wahrscheinlich entzünden wenn sie mit dem sauerstoff von so tera zusammentrifft und beide planeten werden die kollision nicht überstehen nauti nauti ist ein gesteinsplanet mit einer erdrückenden atmosphäre dichte wolken haben enormen treibstoff aus effekt ausgelöst der die gewaltige hitze des gelbweißen sterns werden neostaut der großteil der oberfläche von nauti besteht aus gebrüchen stein mit vorkommen geschmolzenem metall da ist nix auf dem planeten ist auch nix aber da so scanner starten irgendwo da oben wieder mal eine alte asperia statu 50 prozent haben wir entdeckt das ist eigentlich nicht gut nur ein wrack ne ach komm signal irgendwo da oben da haben wir perfekt die anderen waren irgendwo hier ne da so schnell geht das nicht leute da haben wir auch 100 prozent das sehr gut jetzt nur noch ins letzte system ja lesser auch der rückflug müsste möglich sein so was hat er denn für eine komische da gucken wir ja gar nicht von oben drauf so nosia abgesehen von größeren kupfer vorkommen am äquator zeigen scans von nosia kaum etwas von wert einzige sehenswürdigkeit ist das wrack eines koreanischen frachters ein relikt der angriffe auf das system in der zweiten hälfte der koreanische rebellion ja wo ist dann so ne ach das mini ding da hinten tricalon tricalon ist ein kleiner gesteinsplanet auf dem ein jahrhunderte altes asari projekt namens trii super collider untergebracht war dieser gewaltige partikel beschleuniger befand sich in einer umlaufbahn um den planeten als das politische klima in den asari republiken umschlug und die mitte gestrichen wurden sprangen wissenschaftler der menschen mit credits und arbeitskraft ein um das politische klima in den asari republiken umschlug und die mitte gestrichen wurden sprangen wissenschaftler der menschen mit credits und arbeitskraft ein um das das projekt unter dem namen suskin super collider fertig zu stellen er ging nur wenige tage vor der weeper invasion online als die weepern das system eindrang schickten sie einen schwarm von großkampfschiffen richtung tricalon offensichtlich hielten sie den super collider für eine größere bedrohung als die auf sunwest stationierte navy flotte der asari sie zerstörten ihn und trümmer regneten auf die planeten oberfläche vor dem angriff konnten einige schiffe mit dem personal des super colliders knapp entkommen dass die weeper einfach alles zerstören müssen also da ich dachte ja die kugana wären primitiv aber weeper ist halt schlimmer der wasserstoff helium gas ganz zylium hat früher die schiffe nach und von sunwest mit treibstoff versorgt die anlagen waren bekannt für ihre effizienz das geschäft in den orbital stationen floriert denn es gab während der betankung gemütliche quartiere hydro kultur speisen und freundliche als sari austesten jetzt sind die stationen nur noch schrottet es gibt weder treibstoff noch hilfe oder gar gemütlichkeit und eine gartenwelt wieder mal sunwest der angenehme stickstoff sauerstoff atmosphäre das wilde klima und die weite wildnis von sunwest haben den planeten zu einem beliebten touristenziel gemacht große naturbelassene wälder rund um die hauptstadt locken millionen von schaulustigen großweltjägern und biologen an der sari wohl wissend was eine zu rasche expansion bei den ökologien anderer planeten angerichtet hat haben die besiedlung strikt reglementiert nach der zerstörung der navy und der flugabwehr der kolonie haben die weeper infanterie abgesetzt um die bevölkerung zu unterdrücken zerstörer halten im orbitwache während die großkampfschiffe offensichtlich woanders wichtigere schlachten suchen und ilmnos die vormals reichen tortorium vorkommen der reserven von ilmnos sind längst erschöpft hauptsächlich durch asari drohen die in der hitze und exosphäre des planeten problemlos arbeiten können es gibt kaum gründe diese unwirtliche welt zu besuchen sofern nicht neuer vorkommen entdeckt werden da würde ich sagen scannen wir jetzt ne da ist nix da ist auch nix und dann schon wieder geht's los äh vor allem die werden halt auch immer schneller ne das ist halt echt kacke ich habe etwas gefunden ja genau das sind nicht kacke ganz ehrlich muss man so sagen ich habe etwas gefunden was nenne ach wieder ein wrack so aha also ich finde das ist das ist halt weil weißt du das macht ist immer nicht lustig du musst du halt immer drei viermal das ist zählmann fliegen damit du alles scannen kannst äh weil nach spätestens zwei mal kommen die ich weiß nicht ist jetzt nicht so spiel spaß fördernd und vor allem die die fliegen halt einfach viel schneller als du er bringt halt gar nix so noch kurz auftanken wenn wir schon hier sind und zur citadel so los sie dürfen andocken normandy benötigen sie ein transportmittel ich würde sagen wir machen cut bis zur nächsten folge und tschüss 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 tschüss